Hi, ich bin Niklas Wimberg, eure Nummer 7 von den EW Baskets und das sind meine 24 Sekunden. Ich höre viel Hip-Hop Musik, mein Lieblingsrapper ist Drake. Das peinlichste Album was ich mir gekauft habe war das von K1. Mein Lieblingsteam ist die Baskets Akademie Weser-Ems. Letztes Jahr sind wir B-Europameister geworden. Ich bin Teamplayer und setze mich für die Mannschaft ein. Was zu trinken, Benzin und ein Brot. An Fasching war ich mal Lucky Luke.